Hallo, hier ist wieder euer Bruder Paul. Am 7. Dezember 2018 besuchte ich wieder die Grundschule in Ergelsbach. Die Schüler veranstalten jährlich einen Adventsbasar. Mit dem Erlös finanzieren sie drei Patenschaften für die Schule in Tschutscha, Kenia. Untertitelung des ZDF, 2020 Frau Ebender, ich kenne Sie schon vom ersten Tag und Sie haben ja selber auch ein Partner können, das Sie unterstützen. Wie kam es eigentlich zu der Idee, dass Sie eben hier diesen Flohmarkt initiiert haben? Seit 2008 besteht der Kontakt zu diesem Projekt. Wir hatten Schwester Lüse damals eingeladen, sie hat uns von ihrer Arbeit erzählt. Und darauf veranstalteten wir einen Flohmarkt an der Grundschule. Und der Erfolg war sehr groß und wir hatten dann überlegt, dieses Geld auch nachhaltig einzusetzen. Und beschlossen dann im Collegium, Patenkinder zu übernehmen. Und ja, seit dieser Zeit ist es jedes Jahr und wir unterstützen damit unsere Patenkinder. Ja, Frau Heldrampf, Sie sind die Nachfolgerin von der Frau Ebender in Sachen Kenia. Das dritte Jahr sind Sie jetzt schon da. Was kommt da so im Durchschnitt rein im Jahr? Und Sie haben ja noch eine neue Idee. Letztes Jahr ist insgesamt von den Einzelspenden der Schüler und dem Einnahmen vom Flohmarkt ein Gesamtbetrag von über 2000 Euro zusammengekommen. Und von daher können wir überlegen, eben noch ein weiteres Patenkind hinzuzunehmen. Ja, Herr Steckmacher. Jetzt bin ich ungefähr das 8. Mal da. 2010 haben wir die Patenschaften gegründet. Und Ihre Schule unterstützt vier Kinder in Kenia. Meine Frage ist, Sie machen jetzt schon so lange dieses Projekt mit. Was ist so die Intention, dass Sie so dahinter stehen hinter dem Projekt? Ich denke, Schule besteht nicht nur aus Rechnen, Lesen, Schreiben, Aufsätze schreiben oder sowas. Wir müssen die Kinder heutzutage auch das Soziale, den Mitmenschen näher bringen. Und ich glaube, da ist das hier ein ganz wichtiges Projekt, weil es ist der Unterschied, ob ich weiß als Kind, wo geht das hin und sehe das. Weil da kommen ja immer wieder Schwestern, der Herr Festl kommt vorbei und stellt das Ganze vor und da haben die Kinder dann einen Bezug dazu. Jetzt ist ganz was anderes, wenn ich jetzt heimgehe und sage, Papa, ich brauche 5 Euro und gebe es irgendwo anonym ab, da können sich die Kinder nichts vorstellen. Und bei uns ist es dann so, die Kinder sehen das, das ist in Kenia, wir kriegen eine Landkarte, sehen das, wie dort die Schule ausschaut, wie die Kinder ausschauen. Die Kinder schicken uns Zeugnisse zu, schicken uns Briefe zu Weihnachten und so. Und da haben die Kinder einen Bezug dazu. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil dann hier auch eine gewisse Bindung dann aufgebaut wird oder entsteht. Und die Kinder machen das dann gerne und sie wissen auch, wofür sie das machen. Und darum unterstützen wir das und ich möchte sagen, dieser Flohmarkt ist jetzt für uns schon ein Selbstläufer und die Kinder haben da wirklich eine große Freude und machen das ganz gern. Und die spenden auch das, alles, was sie einnehmen, spenden sie dann für die Kinder. Und die Kinder haben da, alles, was sie einnehmen, spenden sie dann für die Kinder. Und die Kinder haben da, alles, was sie einnehmen, spenden sie dann für die Kinder.